Du hast dich vielleicht schon mal gefragt, was du überhaupt in einem Profiling erleben darfst, was wir da alles zusammen machen können. Und das möchte ich gerne heute zeigen, was ich in einem ersten Schritt in einem Profiling genau tue. Und du siehst, ich habe auch hier bereits schon einige Punkte aufgezeichnet. Zuerst schaue ich immer mit den Menschen, welcher Fokus sie überhaupt anstreben. Fokus kann man sehr stark damit auch verstehen, die Idee, die Vision, die du hast, also deine Ziele. Aber um das geht es hier gar nicht. Weil dieser Fokus, der ist intrinsisch in dir drin, also im Unterbewusstsein. Ja, du hast es richtig gehört. Wir haben in unserem Unterbewusstsein genausten Fokus gelegt, was dich ausmacht. Die meisten Menschen kennen das nicht. In meinem Profiling werden wir das anschauen. Dann wirst du auch schnell verstehen, warum du auch immer neben deinen Zielen vorbeischießt. Wahrscheinlich wirst du dann auch verstehen können, warum du das Gefühl hast, dass du einige Punkte in deinem Leben gar nicht erreichen kannst. Und das ist genau von diesem Fokus. Im weiteren Schritt werden wir anschauen, was ist überhaupt das Motiv. Dein inneres, wahres Motiv. Jeder Mensch hat ein Motiv. Warum sind wir hier auf dieser Welt? Warum bist du mit deinen Familien zusammen? Warum hast du genau deinen Partner ausgesucht? Das schauen wir hier an. Und im Motiv steckt noch viel mehr drin. Das ist nämlich auch deine Motivation. Viele Menschen sagen dem auch Antriebsfeder oder der Sprung oder dein Dynamit, wo du von A nach B kommst. Oder ich habe auch schon gehört, dass es ein Benzin ist, wo du unterwegs bist. Und das können wir eins zu eins in der Welt für dich anschauen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, das ist nämlich die Rolle. Und ich weiss, wenn du jetzt wahrscheinlich Rolle hörst, denkst du an Schauspielerei, Sachen, wo gar nicht identisch und echt sind. Ist denn das wirklich das Leben so? Ja, das Leben ist so. Weil ich habe gesehen als Profiler, dass wir in ganz vielen unterschiedlichen Situationen immer wieder ein bisschen anders sind. Hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt, wenn du Sachen ganz bewusst machst, machst du etwas anderes, als wenn du das erste Mal etwas anderes tust. Dann bist du wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Und das ist genau deine Rolle. Welche ist das von deinem Leben? Im anderen schauen wir dann auch an, dass du hier dir auch immer wieder Notizen machst. Und viele Kunden haben mir gesagt, Alex, ich wusste gar nicht, dass ich so verpeilt bin. Dank dir kann ich jetzt wirklich meine Ziele erreichen. Und sobald das Gefühl hochkommt, Achtung, ich kann jetzt wieder in die alte Schiene abdriften, dann weiss ich jetzt, was ich genau so tun darf, dass ich jetzt mit deinen Vorgaben mein wirkliches Leben leben darf. Im nächsten Schritt schauen wir die Lerntypen an. Ja, was ist denn überhaupt ein Lerntyp? Stell dir mal vor, du hast einen Kanal zu einem Menschen. Ja, wortwörtlich. Wir Freunde haben Telefone gebaut aus Pappkarton mit einer Schnur, wo du für Punkt zu Punkt genauestens kommunizieren konntest. Das ist ein Kanal zu einem Menschen. Du hast genauestens, weisst du, wie du mit ihm kommunizieren kannst. Du kennst es wahrscheinlich. Hach, Alex, ich habe jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Oder wow, das musste ich auch noch machen, das wusste ich gar nicht. Oder was erwartest du da von mir, ich kann das gar nicht umsetzen. Solche Sachen wirst du nicht mehr erleben, wenn du den Kanal eines jeden Menschen kennst. Im weiteren werden wir hier die Aktionstypen anschauen. Aktionstypen ist auch schon, wie das Wort sagt, wir sind hier in einer Aktion drin. Also wir sind mitten im Leben, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit oder sind auch schon auf unser Fokus ausgerichtet, auf das Ziel. Und sind hier in Aktion. Was passiert jetzt, wenn wir von Druck von aussen bekommen? Wie funktionierst du? Oder wie funktionierst du, wenn du selbst in dir Druck aufbaust? Mit deinen hohen Zielen, wo du vielleicht weisst, das kannst du gar nicht erschaffen. Das ist viel zu weit weg. Was passiert da? Viele Menschen werden dann viel von sich selbst zerdrückt und können fast nicht mehr reagieren. Oder laufen immer davon, sind dann plötzlich unpünktlich und sie zeigen ein Gesicht, was sie früher gar nicht haben. Oder gibt es auch Menschen, die plötzlich sagen, ja, ich bin bei dir. Ich setze mit dir um und mache alles, was du willst. Das sind unterschiedliche Aktionstypen, wo Menschen zeigen. Und jetzt siehst du auch schon, das Profiling ist sehr stark auf Situation aufgebaut. Weil Menschen in jeder Situation anders reagieren. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind immer gleich. Das ist eine Illusion. Das sehen wir schon gar nicht. Und jetzt geht es zum wichtigsten Punkt, das System. Ja, Menschen sind systemisch aufgebaut. Wenn du jetzt denkst, du bist ein Roboter oder du bist nur noch mit, wie so ein Zuratelhäschen unterwegs. Nein, das stimmt nicht. Aber du kennst wahrscheinlich auch deine Gewohnheiten. Die sind in uns drin. Gewohnheiten sind Systeme. Und hast du jetzt gewohnte Gewohnheiten oder hast du schlechte Gewohnheiten? Und ich weiss, jetzt denkst du wahrscheinlich gleich an deine schlechten Gewohnheiten, wo du gemerkt hast, da hast du versagt. Und eigentlich möchten wir nicht an diese Gewohnheiten, wo für uns schlecht sind, erinnert werden, sondern leben, leben Situationen hinterher, wo wir merken, da können wir wirklich gute Systeme abrufen. Wie läuft denn jetzt das? Ich gebe dir ein Beispiel. Du willst abnehmen und gehst in die Küche, um dir einen Tee oder einen Kaffee zu machen oder einfach dein Glas Wasser zu holen und greifst einfach in eine Kekssauce rein und isst es fein luftig und denkst, nein, ich wollte doch abnehmen. Aber warum habe ich jetzt das gegessen? Genau, weil du bis jetzt eine schlechte Gewohnheit hast. Du weisst nicht, wie Systeme funktionieren und wie du es für dich besser umsetzen kannst. Und da steht es jetzt auch am Punkt, wo ich dir zeige, hey, schau mal, das sind deine Gewohnheiten, was du hast, deine Systeme haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und jetzt mit dem Wissen, wo du es hast, kannst du selbst entscheiden, möchtest du es gerne ändern, transformieren in eine gute Gewohnheit oder passt es so wie du dich? Und das ist das Profiling, wo ich dir mit den Menschen mache. Das bedeutet, wir kommen wieder zum ersten Punkt. Der Fokus, der in uns ist, intrinsisch, also unbewusst, der ist ganz, ganz wichtig. Und der nächste Punkt, warum tun wir überhaupt etwas, dass wir schlussendlich unsere Rolle leben dürfen. Heute wollte ich dir einen kleinen Einblick geben in mein Profiling und freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Mein Name ist Alex Hochschler, Swiss Profiler.